Ja, Hallöchen allerseits. Ich wünsche einen schönen ersten Advent hier hinten in meinem Fronterstübel. Ich gucke gerade raus und was liegt? Kein Schnee. Naja, aber sicher kommt er noch. Aber die erste Geschichte erzählt von einem kleinen, nein, sie erzählt von einer kleinen Ente, die gerne ein Pinguin gewesen wäre und sie trifft ihren Freund Erpel, der ein Fan von Dieter Bohlen ist. So einfach ist das. Wenn das keine Weihnachtsgeschichte ist, dann weiß ich es ja nun auch nicht. Viel Spaß. So einfach, das ist ein Riesen. Jetzt kommen wir hier. Dann zingen wir zu Ende. 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 Dann zingen wir mit der Untertitelung des ZDF, 2020